ok fertig. hier wirst du weiter. ich bin jetzt einfach zu den nachbarn. man hätte auch so einen bogen rein machen können. dass man hier unten durch so einen tunnel läuft. das ist möglich. hier das ganze zeug. und das wird jetzt wieder kling geschnitten. verhätselt mit der kettensäge. die stell wieder geholt. das war's. ja, sieht doch gut aus. besser als vorher. zumindest wächst wieder was. das ding kommt natürlich noch weg. jetzt können hier die heimbeeren wachsen. das letzte mal hatten sie natürlich noch wenig nachgeschnitten. das alles hier hingelegt. da können sich die heimbeeren nicht ausbreiten. obwohl sie sich da bestimmt schon drüber ausgebreitet haben wollen. ok. so weit. super geht's ans nächste.